Vom Hyperion bis zu den späten Hymnen läuft eine große, in erschreckender Schnelle sich vollziehende Entwicklung, aber eine Entwicklung innerhalb des gleichen Ansatzes. Die Natur ist das Ganze. Das Ganze aber ist ein Geheimnis. Der Ausdruck dieses Geheimnisses ist das Weltpneuma. Alles Nennbare steht in diesem Ganzen. Die Dinge, die Menschen und auch die Götter. Dieses Ganze ist das Letzte, worauf alles sonst bezogen ist. In ihm sind die Götter miteinander verbunden. Sie gehen aus dem Ganzen hervor und kehren in es zurück. Sie sind die Götter der Welt, die Götter der Natur. Die Natur selbst ist kein Gott. Nicht weniger, sondern mehr, als was dieser Begriff im Sinne Hölderlins ausdrücken kann. Sie ist das Einfachhin Seiende. Anfang, Fortgang und Ende. Die Götter sind Momente innerhalb dieses Inbegriffs. Im Fühlen und Denken Hölderlins tritt die Natur so stark hervor, dass man nicht erstaunt wäre, das geschichtliche Dasein von ihr ganz verdrängt zu sehen. Es gehört aber zum Wesen seines Weltbildes, dass die geschichtliche Wirklichkeit sich in einer ersten unmittelbaren Naturwirklichkeit gegenüber klar abzeichnet, um dann wiederum von der in einem neuen Sinne gesehenen Natur, als dem übergeordneten Ganzen, aufgenommen zu werden. Es gibt verschiedene Arten, die Geschichte zu sehen. Die Personalistische stellt alles auf den Handelnden Einzelnen, seine Entscheidung, seine Tat und die daraus entspringenden Folgen. Vor allem auf den großen Einzelnen, der den Auftrag und die Kraft geschichtlicher Verwirklichung hat. Als Beispiel wäre etwa das Geschichtsgefühl Friedrich Hebbels zu denken. Die evolutionistische Auffassung legt den Nachdruck auf die großen, durch alles Einzelne hindurch wirkenden Zusammenhänge, ob diese nun, wie etwa bei den idealistischen Weltbildern, mehr im Geistigen und Religiösen, oder aber, wie bei den Positivistischen, im Empirischen gesehen werden. Von diesen beiden Vorstellungen trifft, streng genommen, keine Aufhölderlin zu. In seinem Geschichtsbild gibt es den Handelnden Einzelnen aber so, dass er in das Volk und in die überpersönlichen Mächte des Zeitgeistes und des Schicksals eingeordnet ist, die großen Zusammenhänge, aber so, dass sie in der Gestalt und im Werke der Persönlichkeit gipfeln. Darüber hinaus begegnen wir aber bei ihm einem eigentümlichen Gedanken, der mit seiner Anschauung über die Toten, die heimgegangenen Einzelnen, sowohl wie die Gesamtgestalten vergangener Völker und Kulturen zusammenhängt. Diese haben für die jeweilige geschichtliche Gegenwart eine besondere Bedeutung, welche nicht mit den gewohnten Begriffen fortwirkender Tradition oder befruchtender, humanistisch aufgenommener Vergangenheit, sondern mit einer zuerst seltsam anmutenden Vorstellung ausgedrückt wird. Der einer wirklichen Wiederkehr. Der Einzelne, die Ganzheitsmächte und darüber die zur Wiederkehr drängende Vergangenheit, daraus besteht das Hölderlinsche Gefüge der Geschichte. Diese wird ihrerseits vom Gesamtganzen der Natur umfasst. In diesem letzten Sinne genommen steht sie zur Geschichte nicht mehr im Gegensatz, sondern bedeutet den Inbegriff des Daseins, innerhalb dessen es sowohl die Geschichte wie auch die Natur in der engeren Bedeutung des Wortes gibt. Der Begriff, der Hölderlins Denken trägt, ist der der Natur. Sie ist der große Zusammenhang, worin jedes Einzelne im Ganzen aufgeht und das Ganze an der Einzelgestalt erscheint. Jedes unmittelbar Erfahrene ist Ausdruck unabsehbarer Bedeutungen. Alles geht aus geheimnishaftem Ursprung hervor und strebt wieder dorthin zurück. Natur ist für Hölderlin die endgültige Wirklichkeit. Sie steht über dem einzelnen Ding mit seiner besonderen Art, über dem jeweiligen Menschen, mit seinem ihm eigenen Wesen, aber auch über den göttlichen Mächten. Alles, was genannt werden kann, befindet sich innerhalb ihrer. Sie ist das Eigentliche und Wesenhafte, das heilige All, über das hinaus es nichts mehr gibt. Eine Frage, die über die Natur hinaus fragte, oder einen Drang, der über sie hinaus strebte, würde Hölderlin wohl als frevelhaft bezeichnen. Mit allem ist aber auch gesagt, dass der Mensch kein Naturwesen in dem uns geläufigen Sinne bildet. Tier, Baum und Stern freilich ebenso wenig, weil alles aus dem Geheimnisbereich kommt und dorthin zurückkehrt. In dieser Gesamtvorstellung haben jene beiden Ereignisse, die das Dasein jedes Menschen umfassen, die Geburt und der Tod, eine besondere Bedeutung. Hölderlins Dichtungen sind von Götterwesen erfüllt. Man braucht aber nur genauer auf die Weise zu achten, wie etwa Goethe oder Schiller von Göttern reden, um den Unterschied zu empfinden. Bei ihnen handelt es sich um etwas Symbolisches oder Ästhetisches, bei Hölderlin um wirkliche religiöse Erfahrung und Daseinsdeutung. Als Hölderlin auf die Griechen stieß, muss er das Gefühl gehabt haben, durch sie die Deutung eigensten Erfahrens zu empfangen, was natürlich nicht ausschließt, dass dieses Erfahrens einerseits von jenen Gestalten her angeregt und bestimmt wurde. Er war religiös erzogen, hatte aber die christlichen Lehren und Gestalten nicht als unmittelbaren Ausdruck seines religiösen Erlebens empfunden, wie sie ihm auch nicht gültig genug erschienen waren, um ihnen dieses Erleben zur Umformung anzuvertrauen. Auch war die ihm entgegentretende Christlichkeit wohl kaum geeignet, das wirkliche Wesen des Christentums entsprechend zu vertreten. Das religiöse Organ war in Hölderlin ungewöhnlich rein und stark entwickelt, man darf vielleicht sagen, dass bei ihm die Führung seines Seelenlebens lag. Was endgültigerweise sein Wertbild bestimmte, war die religiöse Erfahrung verbunden mit einer wunderbar reinen Kraft dichterischen Schauens und Sprechens. Hölderlins religiöse wie dichterische Haltung aber unterschieden sich scharf von der Neuzeit. Ihnen fehlte die Subjektivität. Sein religiöses Bewusstsein richtete sich nicht auf persönliche Zustände und Steigerungen, sondern auf gegenständliche Mächte und Wesenheiten. Die Innerlichkeit, auf die es ihm ankam, war keine subjektive Sphäre, sondern der tiefen Bereich des wirklichen Seins, der einzelnen Menschen wie des Volkes, des Stromes und des Berges, der Pflanze und des Tieres, des Landes, der Erde und des Meeres, schließlich der Welt. Und was sein künstlerischer Wille verlangte, war nicht eigenes Erleben mitzuteilen, sondern Hoheiten zu preisen, Mächte zu verkünden, Sprecher großen Geschehens und Bote von Weltforderungen zu sein. Nehmen wir das Religiöse und das Künstlerische zusammen, er war, was seit Dante keiner mehr gewesen, Seher und Rufer. Religiöse Natur höchsten Ranges also, womit kein Urteil über seine Überzeugungen, sondern eine Charakteristik seiner Struktur ausgesprochen sein soll. Diesem Menschen trat eine Christlichkeit entgegen, die weithin ihren eigentlich religiösen Charakter verloren und sich in Philosophie und Moral aufgelöst hatte, oder aber aus dem Zusammenhang mit Welt und Geschichte geglitten und ins abseitig Pietistische gegangen war. So mußte Hölderlin den Eindruck bekommen, es handelte sich da gar nicht mehr um jenes Mächtige, von Sein zu Sein gehende, Volk- und Welterfassende, als was er allein Religion verstehen konnte, geschweige denn, dass ihm daraus die das Dasein stürzende und neu erbauende Wirklichkeit des Christlichen deutlich geworden wäre. Vor den Maßstäben eines solchen religiösen Erfahrens konnte dieses Christentum seinen Anspruch, die Offenbarung der lebendigen Gottesmacht zu sein, nicht ausweisen. Auch scheint der Einfluss seiner Mutter nach der gleichen Richtung wirksam gewesen zu sein. Sie hat den ihr so sehr überlegenen Sohn offenbar nicht verstanden und mit ihrer engen, aber zugleich starken Art auf seinem fühlsamen Gemüt gelastet. Das mußte sich auch im Religiösen, worin der Einfluss der mütterlichen Atmosphäre ja besonders viel bedeutet, geltend machen und eine Abneigung gegen die von ihr vertretener Gläubigkeit hervorrufen. Dazu kommt, dass er unter ihrem Einfluss, jedenfalls aber, um ihr behilflich sein zu können, den ungeliebten geistlichen Beruf gewählt hat. So konnte es kaum anders sein, als dass der gegen diesen empfundenen Widerstand sich auch auf seinen Inhalt, die christliche Vorstellungs- und Lebenswelt, richtete. Hölderlin wendete sich also von der christlichen Botschaft ab und findet den Ausdruck seiner Erfahrungen in der antiken Götterwelt, beziehungsweise in ursprünglich erschauten und gestalteten Numina, die aber den Einfluss der Griechischen verraten. Zugleich trägt er sie durch Erlebnisform, Stimmung und Stil ins Nordische. Hölderlins Götter haben eine metaphysische Tiefe und seelische Innerlichkeit, die aus dieser Verschmelzung von Süden und Norden allein nicht erklärt werden können. Zahlreiche Einzelzüge sowie Haltungen und Stimmung offenbaren noch einen anderen Einfluss, eben jenes christlichen, das Hölderlin als Bekenntnis verlassen hat, aus tieferen Zusammenhängen als persönliche Erfahrung und individuelles Urteil sie schaffen, wirkt die Innerlichkeit der Seele, die Christus begegnet, und die Liebe des Herzens, die vom Heiligen Geist berührt ist, in Vorstellungen und Gesinnungen hinein. Daher kommt die tief berührende Lebendigkeit, daher die Innigkeit der Götter und der Natur Hölderlins. Sie haben eine Dimension mehr als die antiken Götter. Sie stehen zu diesen, wie etwa Goethes Ephigenier, zu jener der griechischen Sage. Dieses heimlich-christliche, das sich zuerst nur als innere Dimension, als Bewegtheit und Wärme des Wesens und als Möglichkeit der Nähe auswirkt, tritt dann aber auch in offener Gestalt zutage. Nachdem Hölderlin eine Zeit lang alle ausdrücklich christlichen Bilder und Gedanken ferngehalten hat, beginnt die Christusgestalt, sich in ihm zu regen. Sie gewinnt immer größere Kraft, und die Welt der antiken Numina gerät mit ihr in eine Auseinandersetzung, für deren Tiefe der Begriff der idealistischen Synthesis bei weitem nicht ausreicht. Es ist ein Kampf in Geist und Herz und Gut Blüt, der aber nicht zum letzten Austrag gelangt, sondern mit dem geistigen Zusammenbruch abreißt. Wenn man den Texten aufmerksam gefolgt ist und schließlich fragt, was denn nun eigentlich komme, sobald Griechenland wiederkommt, und was mit dem geschichtlichen Dasein geschehe, wenn das Ereignis eintritt, dann ist es nicht leicht, eine Antwort zu finden. Die innere Bewegung, welche diese in aller Welt einzigen Dichtungen erfüllt, ist so groß, die Sehnsucht, die sich in ihnen erhebt, und die Verheißung, die über ihnen erscheint, sind so mächtig, daß der Leser geneigt ist, darin aufzugehen und nicht weiter zu fragen. Immer neu erfährt er das bald und jetzt, die eschatologische Stimmung der langen Zeit des Wartens und die drängende letzte Stunde vor der Ankunft. Wenn er aber dem Zauber, der ihn in dieser Vorzeit festhalten will, widersteht und mit ehrerbietiger Bestimmtheit fragt, worin denn das eigentliche Selbst bestehen werde, dann scheint er keine Antwort zu erhalten. Nun könnte man einwenden, in solcher Weise dürfe ein Philosoph gefragt werden, kein Dichter. Hölderlin ist aber kein Dichter in diesem Sinne. Seine Werke sind nicht Ausdruck von Erlebnis oder Erscheinung von Bildern, die ästhetisch selbstgenugsam in sich stehen. Er ist nicht Dichter im Neuzeitlichen, sondern im alten Sinne, wie Pindar, Eschelos, Dante. Er steht, das Wort nach seiner allgemeinen Bedeutung genommen, in der Linie der religiösen Prophetie. So wird er denn auch vom innerlich bereiten Leser empfunden, und es kommt darauf an, daß dieser aus seinem Empfinden die entsprechenden Folgerungen zieht. Er darf sich nicht mit einem unbestimmten religiösen Eindruck begnügen und den Ernst vergessen, den das Gewissen in solchen Dingen auferlegt, noch viel weniger den religiösen Eindruck, selbst ästhetisch nehmen und genießen. Damit hätte er Hölderlin ein Unrecht, daß dieser selbst ihm nie verzeihen würde. Er soll vielmehr fragen, Wenn man die Texte prüft, stößt man auf Aussagen wie Alles Leben wird göttlichen Sinnes voll, Irdisches und Himmlisches verbinden sich, Menschen und Götter feiern ihr Brautfest, alles wird von Frieden und Schönheit erfüllt, alles vom Geiste durchströmt. Diese Aussagen bedeuten keine idealistische Schwärmerei. Bei einem Romantiker könnte es sich um bloße Sehnsucht, Ausbreitung des Eros, Allgefühl und dergleichen handeln. Hier ist es offenbar etwas anderes. Eine nominose Wirklichkeit wird empfunden, die sich hinter der Zukunft erhebt und in die Zeit herein will. Der Begriff der Zukunft wird hier nicht so gebraucht, wie wenn man sagt, die Ernte sei der Aussaat gegenüber Zukunft, das reife Alter der Jugend, die Wirkung der Ursache. Zukunft meint hier etwas Ewiges, das aber seinen Ort vorn hat, im Unterschied zu jenem, das hinten im absoluten Einst liegt, dem goldenen Zeitalter. Das vordere Ewige will in die Zeit kommen, als geheimnishafte Sinnfülle, in welcher jeder Konflikt sich löst, jedes Fragen erlischt und jedes Bedürfnis gesättigt wird. Über das Alles kann aber, eben weil es so ist, nichts Einzelnes gesagt werden. Die Sehnsucht kann ausgesprochen werden, die sich aus jeder Stelle des Daseins erhebt. Die Vorbereitung und Annäherung ebenfalls. Die Erfüllung nicht mehr. Ist aber nicht damit ein pathologischer Zustand beschrieben, jener, der sich ja dann auch wirklich bei Hölderlin bis zum Irrsein entwickelt hat und sich auch bei dem Manne findete, in so vielen Stücken eine Aufhellung, freilich auch eine Rationalisierung der Hölderlinschen Existenz darstellt, Friedrich Nietzsche? Sind die Sehnsucht nach dem Kommenden und zugleich die Angst davor, das Gefühl vom Nahen der Katastrophe, die zugleich das Neue bringt, das Walten über dem Haupte, das Bald und Jetzt, nicht einfach Symptome der Schizophrenie? Aber die Psychologie hat uns gelehrt, dass Vorgänge, welche für das normale Bewusstsein sinnlos erscheinen, doch einen positiven Sinn haben. Einen seelisch-ethischen, sofern in ihnen Probleme der betreffenden Persönlichkeit zum Ausdruck kommen, und auch einen geschichtlichen, sofern sich in der großen Persönlichkeit Veränderungen des Gesamtdaseins anzeigen. Schon die Alten haben vom heiligen Wahnsinn gesprochen, in welchem die Götter reden. So scheint es Bewusstseinsdurchbrüche zu geben, die für das Gesamtdasein wichtig sind, aber nur im Untergang des Einzelnen möglich werden. Dahin gehört Hölderlins Erlebnis. Es ist weder nur dichterische Fantasie, noch auch ein bloßes klinisches Phänomen, sondern offenbart ernstesten Sinn. Bei ihm handelt es sich auch nicht um eine der vielen Endzeiterwartungen, wie sie in der religiösen Geschichte des Abendlandes immer wieder aufgetaucht sind, nur daß diese Erwartung bei ihm in einer besonderen Weise an Griechenland gebunden wäre. Jene Erwartungen meinen immer das wirkliche Ende der Geschichte. Nach ihnen wird die Ewigkeit einbrechen und die Zeit aufheben, entweder unmittelbar, in der Form des Weltuntergangs, oder aber nach dem apokalyptischen Zwischenspiel der tausend Jahre. Hölderlin meint etwas anderes. Nach dem erwarteten Ereignis sollen Zeit und Geschichte weitergehen. Es handelt sich also um den Versuch, die Geschichte über sie selbst hinauszuheben und doch als Geschichte zu erhalten. Die Überschreitung des Diesseits zu vollziehen, aber so, daß die Einheit mit der Erde bleibt, die Ewigkeit zu gewinnen, aber nicht als Aufhebung der Zeit, sondern als Charakter des zeitlichen Daseins selbst. Damit verändert sich freilich, notwendig, der Begriff der Ewigkeit selbst. Sie, die ihrem Wesen nach die Seinsweise des selbstherrlichen und heiligen Gottes ist, wird zum dialektischen Gegenpol der Zeit und damit zu einem Moment des Weltdaseins. Ebenso verändert sich auch der Begriff der Zeit, denn sie, die ihrem Wesen nach geschaffen ist, im Angesichte der Ewigkeit, von ihr abhängig und aus ihr ihren Sinn empfangend dahin zu gehen, wird zum ebenbürtigen Gegenspiel dieser Ewigkeit und fähig, mit ihr in die Einheit einer neuen Existenzform einzugehen. In Wahrheit verlieren Ewigkeit sowie Zeit ihren Charakter, das Wort im strengen Sinne der Eindeutigkeit und Verantwortbarkeit genommen. Es geht darum, eine Welt zu begründen, die keine Wirklichkeit außer sich, eine Geschichte, die keine Ewigkeit über sich hat, aber nicht so, dass das Außerweltliche und Übergeschichtliche einfach weggestrichen, sondern dass sie in Welt und Geschichte eingeholt werden. Wie Gott zu einem Element der Welt, so soll die Ewigkeit zu einem Element der Geschichte werden. Welche Bedeutung bei alledem die christlichen Vorstellungen der Wiederkehr Christi, des Weltgerichts, des neuen Himmels und der neuen Erde haben, wird noch genauer zu erörtern sein. Christliche Substanz und Atmosphäre ist an Hölderlin in verschiedener Form herangetreten, vor allem in jener Mischung von Aufklärung und Pietismus, die sie für das Ende des 18. Jahrhunderts bezeichnet war, aber auch im mystischen, etwa von Jakob Böhme her beeinflussten Vorstellungen, sowie in den idealistisch-pantheistischen Synthesen seines Tübinger Freundeskreises, welchem der junge Hegel und bald nachher Schelling angehörten. Eine gedankliche Deutung der Gestalt Christi aber und eine lebendige Verkörperung seines Geistes, welche den Gehalt ungebrochen bewahrt und auf hoher menschlich-geistiger Ebene dargestellt hätten, scheint ihm nicht begegnet zu sein. Ein Sachverhalt, der ja bei manchen Persönlichkeiten der klassischen Zeit wiederkehrt, dass so wenige von ihnen echtes, großgeformtes, christliches Dasein kennengelernt haben, macht ihre Vorstellungen über christliche Dinge oft so unzulänglich und zuweilen peinlich. Die Folge war, dass die überlieferte Christusgestalt für Hölderlin bald alle Bedeutung verlor. Dazu kam die Abneigung gegen den geistlichen Beruf, den er aus Brotgründen und unter dem Drängen der Mutter gewählt hatte, eine Abneigung, die durch mancherlei Missstände im Tübinger theologischen Studienwesen noch verstärkt wurde. Dieses Widerstreben musste auch auf den Inhalt des verhassten Berufes, die christliche Lehre und ihre Gestalten zurückwirken. Der Versuch, ein ernsthaftes Urteil über Hölderlins Stellung zum Christentum zu gewinnen, stößt auf ein großes Hindernis. Die Zeit seiner persönlichen Entwicklung ist sehr kurz, sein Leben und sein Werk brechen früh und schroff ab. Man hat das einfach hingenommen, sogar sein Bild von dieser Tatsache her stilisiert und ihn zum jugendlichen Seherdichter gemacht, der an der Übergewalt derselben Stunde, die zu künden er berufen war, zerbrach. Dieses Bild weicht aber dem bitteren Ernst seines Daseins aus. Hölderlin wurde am 20. März 1770 geboren und starb am 7. Juli 1843, hat also nach dem endgültigen Zusammenbruch noch 38 Jahre gelebt. Die Jahre sind da und es ist biografisches Kunstgewerbe, sie irgendwie auszustreichen. Sie bedeuten, dass er die Auseinandersetzung, in die er eingetreten war, weder in seine Existenz noch in seinem Werk zu Ende gebracht hat. Der seiner selbstmächtige und schaffende Hölderlin ist jung in jeder Beziehung. Der Begriff des Jünglings bildet für ihn geradezu eine Daseinskategorie, die ihre absolute Verwirklichung im Göttlichen erfährt. Er hat aber auch den gereiften Mann gesehen, Adamas, Empetogles und der Vater in der Dichtung, Emilio vor ihrem Brautag, sind Zeugnisse dafür. Und es ist falsch, ihn auf den Jüngling festzulegen. Von seiner Dichtung her gesehen unterscheiden sich in Hölderlins Verhältnis zum Christlichen annähernd Weise drei Abschnitte. Zuerst eine Zeit jugendlicher Frömmigkeit, welche die Vorstellungen der Umgebung aufnimmt und sich anzueignen sucht. Bald setzt die Krise ein. Hölderlin verliert jedes wirkliche Verhältnis zu den überlieferten christlichen Lehren und wendet sich ganz den Göttlichkeiten zu. In der Zeit der größten dichterischen Intensität aber gewinnt die Christusgestalt ein neues Leben und einen neuen, von der Überlieferung abweichenden Charakter. Sie wird zu einer wirklichen Macht im eigensten Raum der Hölderlinschen Persönlichkeit. Doch bevor sich ihr Sinn und ihr Verhältnis zu den antiken und spontan erfahrenen Göttlichkeiten endgültig klären, bricht die Auseinandersetzung ab. Göttlichkeiten Göttlichkeiten Göttlichkeiten